Das IFO-Institut blickt pessimistischer auf die deutsche Konjunktur im nächsten Jahr. Das Bruttoinlandsprodukt soll nach der neuen Herbstprognose der Münchner 2024 nur noch um 1,4 Prozent statt der im Juni prognostizierten 1,5 Prozent wachsen. Auch auf 2023 blicken die Forscher mit Sorge und bestätigen ihre Einschätzung, dass die Wirtschaft um 0,4 Prozent schrumpft. Laut Prognose dürfte die Inflation in diesem Jahr mit 6 Prozent vorerst hoch bleiben. Dann werde die Jahresteuerung aber spürbar nachlassen und 2024 bei 2,6 Prozent liegen. Und dazu begrüße ich Professor Andreas Peichl, den Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik. Herr Peichl, Sie sind für die deutsche Konjunktur wieder einen Tick pessimistischer. Was sind die Gründe dafür? Ja, es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Die positive Nachricht vielleicht zunächst mal, es liegt nicht am Inlandskonsum bei den Haushalten. Da erwarten wir auch, dass es besser wird. Die negativen Nachrichten kommen im Wesentlichen aus der Industrie. Die Baubranche, da sieht es nicht sehr gut aus. Die chemische Industrie, da sieht es nicht sehr gut aus. Die Gründe sind vielfältig. Sie haben es ja im Beitrag auch schon gesagt oder gesehen, die Weltkonjunktur insgesamt hat sich abgekühlt. Das merken wir als Exportnation natürlich auch. Und wir haben auch einige Probleme im Inland. Wir haben hohe Energiepreise. Wir haben Arbeitskräfte, Fachkräftemangel. Und das alles belastet die Industrieproduktion sehr stark. Und eben einmal mehr in dieser Woche haben wir eben heute auch schwere Konjunkturdaten aus Deutschland bekommen. Eben die Produktion, die Sie ansprechen, wurde im Juli den dritten Monat in Folge heruntergefahren. Sprechen diese aktuellen Daten wie Ihre Prognose dafür, dass Deutschland wieder der kranke Mann Europas ist? Ja, wenn man sozusagen auf das aktuelle Tableau schaut, dann ist Deutschland in der Tat in der Bundesliga ein Abstiegskandidat. Aber ich tue mir schwer damit, jetzt von der Betrachtung von ein, zwei Quartalen darauf zu schließen, dass wir wieder der kranke Mann Europas sind, wie wir das vor 20, 25 Jahren ja genannt wurden. Damals gab es noch ganz viel größere strukturelle Probleme. Im Moment ist es eher eine kurzfristige konjunkturelle Delle. Das hat mit der hohen Inflation auch zu tun und den gestiegenen Zinsen. Und wir gehen aber davon aus, dass sich das im nächsten Jahr alles wieder erholt und dann auch die Zinsen wieder sinken werden. Und von daher glaube ich nicht, dass wir per se jetzt der kranke Mann Europas sind. Gleichwohl ist ein großer Bedarf für strukturelle Reformen an vielen Stellen. Und die Bundesregierung hat ja auch schon jetzt mit dem Wachstumschancengesetz gewisse Dinge angestoßen. Aber es sind noch weitere Reformen sicherlich notwendig. Und unser größter Handelspartner China steckt weiter in der Formkrise. Die Ausfuhren dort sanken im August, den vierten Monat in Folge. Die Importe gingen ebenfalls zurück. Wie problematisch ist angesichts dessen die große Abhängigkeit von China für die deutsche Wirtschaft? Ja, insgesamt ist die deutsche Wirtschaft, die deutsche Industrie sehr stark export- und importabhängig. Also wir haben sehr viel Außenhandel. Und es ist natürlich klar, wenn ein großes Partnerland dann entsprechend schwächelt, dass wir das auch zu spüren bekommen. Umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn Deutschland jetzt schwächelt, bekommen das wiederum andere Länder. Viele kleinere Länder in Europa hängen ja von uns ab. Das ist immer so. Und deswegen ist es wichtig, dass man beim Handel auch nicht nur alles immer auf eine Karte setzt. Aber es ist klar, wir beobachten China natürlich auch mit großem Interesse und einer gewissen Sorge, was da passiert. Und das ist insgesamt halt einer der Faktoren, der dazu führt, dass es der deutschen Industrie aktuell nicht so gut geht. Sie sprachen eben das Wachstum-Chancen-Gesetz an. Bundeskanzler Scholz will auch mit einem Deutschlandpakt jetzt liegen gebliebenes in Deutschland beschleunigen. Wie wichtig wäre das für die deutsche Wirtschaft? Ja, insgesamt in diesem Zehn-Punkte-Plan und in dem Deutschlandpakt, da stehen viele Buzzwords drin, die sich sehr gut anhören. Also das Ganze auch rund um Bürokratieabbau, Digitalisierung, Verfahren beschleunigen, Genehmigungen, Planungen und so weiter, Projekte angehen. Ich hoffe, dass das auch tatsächlich umgesetzt wird. Also das wäre verdammt wichtig. In der Vergangenheit war es oft so, ich glaube, in jedem Koalitionsvertrag, den ich bisher gelesen habe, steht Bürokratieabbau drin. Was dann tatsächlich passiert, ist keine Digitalisierung und Vereinfachung, sondern es werden beim Statistischen Bundesamt zwei Stellen gestrichen und eine Statistik weniger erstellt. Und das ist nicht das, was die tatsächlichen Bürokratiekosten sind. Aber das wäre extrem wichtig für den Standort Deutschland. Ein anderer Punkt ist, gerade aus Unternehmenssicht, ist, dass Deutschland mittlerweile eines der Hochsteuerländer ist weltweit. Wir haben mit die höchsten Unternehmenssteuern. Und auch hier müsste man meines Erachtens ansetzen, um mehr Investitionen und Innovationen in Deutschland zu fördern. Da ist in dem Wachstumschancengesetz ein bisschen was drin, aber da könnte man sicherlich noch mehr tun. Und kurz noch, mitten in dieser Wachstumsschwäche fordert die IG Metall eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 35 auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich sowie 8,5 Prozent mehr Geld. Was sagen Sie denn dazu? Das ist eine sicherlich gute und interessante und aus Gewerkschaftssicherheit sicherlich auch eine berechtigte Forderung. Wenn das natürlich so kommt, wäre das sicherlich für die Metall- und Elektroindustrie nicht gut. Wir haben insgesamt ja schon den Arbeitskräfte-Fachkräftemangel auch in dieser Branche. Und wenn man dann die Arbeitszeit reduziert, glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Form förderlich wäre für den Standort. Aber ich kann es natürlich aus Arbeitnehmer-Sicht sehr gut nachvollziehen. presumers die Fahrten auf Deinigung, es würde sehr häufig auf einmal werden. Als 20-Jährige und jetzt auch die Fahrten Patte, glaube ich, dass das nur gigantes quanto zu FEW ist.